DRK Kreisverband Karlsruhe kommen. Das ist unser Kreisverband Karlsruhe. Der DRK Kreisverband Karlsruhe e.V. ist einer von 34 Kreisverbänden im Landesverband Baden-Württemberg. Hier überall könnt ihr unsere JK-Gruppen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe finden. Der DRK Kreisverband Karlsruhe wurde 1947 gegründet und ist einer der größten Kreisverbände in Deutschland. Unser Kreisverband gliedert sich in 87 Ortsvereine, 93 Bereitschaften, 8 Gruppen Sozialarbeit und 52 JK-Gruppen. Das sind über 3.800 ehrenamtliche Mitglieder, davon 850 im Jugendrückkreuz. Dazu kommen 45 Kooperationsschulen mit 1000 Juniorhelfern und Schulsanitätern. Im Hauptamt gibt es 400 Mitarbeiter im Rettungsdienst, 70 im Krankentransport, 40 Mitarbeiter in der Verwaltung und 105 in den sozialen Diensten. Das Gebiet der Rettungsleitstelle Karlsruhe ist in Baden-Württemberg der größte Rettungsdienstbereich mit einer Fläche von 1248 km². Um die anfallenden Einsätze zeitnah und effektiv zu bewältigen, unterhält der Kreisverband insgesamt 16 Rettungswachen, in denen insgesamt 35 Fahrzeuge stationiert sind. Was unseren Kreisverband so besonders macht, das wissen unsere Mitglieder ganz genau. Unser Maskottchen, Igel Erwin, der Erwin, Igel Erwin, einfach zum Knuddeln, immer im Mai, Familientag, Zootag, DRK-Familientag, im Karlsruher Zoo, am Spielfeldrand sind wir vertreten. Post vom DRK, unser Rotkreuz-Magazin, immer auf dem neuesten Stand, spannende Berichte, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder zum Mitmachen, was geht mit, volle Bastelideen. Kinder-Noteinsatz, für alle Kinder, bei Kindernotfällen, das Kinder-Nef. Wir bilden unsere eigenen Notfallsanitäter auf. Mein Traumberuf, Notfallsanitäter, unsere Notfallsanitäter sind echte Helden. Hilfe auf Knopfdruck, Hausnotruf, Hilfe für Ältere, Erreichbarkeit rund um die Uhr, Hilfsbereitschaft, immer für einen da, rund um die Uhr für sie da. Vorbereiten auf Notfälle, reale Übungen, Notfalldarstellung, Schminken, realistische Notfalldarstellung, die vielfältigen Fortbildungen, Ausfortbildungen, viele Übungen mit anderen, Übungen für den Ernstfall, Kältebus für die Arme, der DHK Kältebus, Hilfe für alle, egal in welcher Lebenssituation, Herzenswärme gegen Eisenskälte, Alten Uniformen, neues Leben einhauchen, aus Alt nach Neu, immer kreativ, Recycling, Upcycling. Luise von Baden, die schöne Luise, die Begründerin des Roten Freuzes, Statue im Karlsruher Zoo, Statue im Zoo, Verbündete von Henri Dunant, Schwestern in Karlsruhe, gehen zurück auf Luise von Baden, Was sind für ältere Menschen da? Farbkabelle von Luise, Hier gut, Luise von Baden, Henry Denorweg, Henry Weg, Weg in Weidrun, Wanderweg, Unser Teddybär, Der größte Teddy der Welt, Brownie Denor, Der Kuschelbrownie, Was geht mit unserem Essen? Unser Kochbuch, Rezepte vom Jugendrotgräu, Spaß beim Kochen, Sehr lecker, Filmteam, Unser Filmteam mit eigenem Studio, Informationsvideos, Wir betreuen ältere Menschen, Essen auf Rehwern, Hilfsmittel verleiht, Bewegungsgruppe, Betreuungsverein, Der Kuschelbrownie, Impf-RTW, Das freiwillige soziale Jahr, Kassen am Kleiderleben, Blutspende, Flüchtlingshilfe, Suchdienst mit Kreisauskunftsbüro, Ein tolles Team, Eine starke Gemeinschaft, Gegenseitig helfen, Zusammen, Verschiedene Altersgruppen, Lernen, Die Liebe zum Menschen, Freundschaften, Bei uns ist jeder willkommen. Du wohnst im Stadt- oder Landkreis Karlsruhe und hast Lust auf Aktivitäten im Jugendrotkreuz? Dann melde dich!